Du hast nichts zu tun. Geh mir mal zur Hand. Typhon hat an dem Prototyp eine Verteidigungskanone gearbeitet. Wir werden sie fertigstellen, damit du diesen Maliwan-Panon wehtun kannst. Um sie abzufreuen, brauchen wir Wächterenergie. Nimm diese Energiefalle. Wir werden die Wächterenergie nutzen, um die Kanone anzutreiben. Das wird so cool aussehen. Wir schießen einfach in den Himmel und tun niemandem weh. Ich schieße mit meiner neuen Waffe, wohin ich will. Kammerjäger, du musst die Energiefalle nutzen, um die Wächterenergie zu sammeln. Geh in den Tempel. Ich wette, als du mich gesehen hast, hast du dir gedacht. Das ist der... Das ist der Kammerjäger, der Typ. Ich werde schon mein ganzes Leben lang unterschätzt. Aber ich sag immer, Helden gibt es in allen Formen und Größen. Egal, geh einfach zur Brücke. Ich sag deinen Leuten Bescheid und lass sie wissen, was hier los ist. Hey, ich habe eine wirre Nachricht von Typhon DeLeon erhalten. Irgendwas über eine Maschine und einen anderen Kammerschlüssel. Er scheint dich zu mögen. Mach uns stolz. Ich werde das, was hier los. Ich werde das, was hier los. Aber ich werde das... Ich werde das, was hier los. Ich werde das, was hier los. Ich werde das, was hier los. Wir haben die Lachen beim Keller. Die Energiefalle zu platzieren wird jeden Wächter in der Nähe aggressiv machen. Also, Falle platzieren, dann laden und entsichern. Ja, kommen Sie! Sei vorsichtig! Vorsicht ist hier weniger gefragt, eher ein Männchen lassen. Warum nicht beides? Die Jagd beginnt. Genau so musst du euch machen. Lass ihn und kommen, Kämmerjäger. Kämmerjäger, deine Kirsche sind deine Augenweine. Ich hab keinen Mord und muss trotzdem sabbern. Diese Wächter tun mir fast gleich. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie so sind. Körbesfall! Das sind seelenlose Rausgaben drin. Ende der Geschichte. Holt euch die Raum! in der Mitte der Welt. In der Mitte der Welt. Und dann! Das sieht nicht aus. Hang auf! Porsche, du bist jetzt hier! Er ist ja gerade, du bist. Schöne! Ich hab das hier! Gut gemacht. Wirklich gut. Jetzt brauche ich Teile von Marley-One-Fahrzeugen. Ein Stabilisator von einem Zyklon und ein Stoßdämpfer von einem Outrunner sollten reichen. Du hast eine Nase für Schätze, wie ich sehe. Ich bin ein Stoßdämpfer von einem Zyklon und ein Stoßdämpfer von einem Zyklon-Fahrzeugen. Ich bin ein Stoßdämpfer von einem Zyklon. So sind wie du. Dann pinsel ich halt ein paar Marshmallows mit Honigheit. Ich träume davon, dich zu töten. Die sehen so lustig aus. Ich wünschte, ich könnte sowas fahren. Nein, sowas. Nein. Du erfüllst kaum deine Primärfunktion. Als Fahrzeug wärst du eine Katastrophe. Sieht aus, als hättest du alles. Kehre zu mir zurück. Dann bauen wir unsere finstere Kanone zusammen. Ah, eine neue Kriegswaffe für die Jagd. Ich bin ein Stoßdämpfer von einem Stoßdämpfer von einem Stoßdämpfer. Sieht aus, als Hott ist. Ja, das ist die Sprache. Ich bin ein Stoßdämpfer von einem Stoßdämpfer. Jetzt bin ich die Stoßdämpfer von einem Stoßdämpfer. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eda meint, diese Tür führt zu Maschinen, was immer das sein soll. Ach ja, sie hat's mir ja gesagt. Sie glaubt, die Maschine hat die große Kammer verschlossen. Ich frage sie, was ist die große Kammer? Sie sieht mich an... Sie ist so wunderschön, so finster und so kanonig. Deine Bezahlung, Kammerjäger.